Oh, wie geil! Das ist dieser Weg hier aus Silent Hill 2, glaube ich. Ach ja, wo er diese eine Thuse getroffen hat zuvor, oder? Es ist schön, dass man so einen Wandel des Silent Hill Wikipedia dabei hat. So. Ich finde es jetzt auch sehr schade, dass wir das vielleicht echt einfach nochmal spielen müssen. Weil ich finde das, keine Ahnung, gerade bei dir, Silent Hill. Ja, ich meine, ansonsten spielen wir einfach mal die andere Map. Ja. Aber krass. Die Musik halt. Sogar mit dem Brunnen und dem Zaun. Wie geil ist das? Das ist echt Hammer gemacht. War das ein Puma? Ja. Da ist schon wieder ein Medipack. Meine Güte. Ja, dann nehme ich jetzt meins. Wie viel hat es noch, Kitty? Äh, 72. Ja, okay. Ich habe 69, dann nehme ich mal meins. Oh, da ist ein Molly. Sehr schön. Oh, jetzt sehe ich mich auch. Ich bin ja ein richtig cooler Cowboy. Boah, Alter, ist der gruselig, der Smoker. Stirb! Scheiße, scheiße, boah. Boah, war der gruselig, der Smoker. Ja, du bist echt ein hübscher Cowboy. Ein hübscher Cowboy. Jetzt müssen wir zum Friedhof kommen, oder? Mhm. Und hier hinkommen wir. Okay, wo das mit dem Rohr ist. Hier war doch irgendwo ein Puma gerade. Was? Was? Wo? Wo? Char-char. Krank. Wo ist denn jetzt meine andere Waffe? Ich hatte... Oh, oh. Okay. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Und... Sterbt, ihr Zombies. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Gott, was ist das? Ich glaube, das war ein Schocki. Sterb doch mal. So. So, ja, endlich. Musste bücken. Ich glaube, da ist eine Witch irgendwo, oder? Kann gut sein. Ja. Alter. Äh. Okay. Also, ich habe einen Molly. Ich auch. Alter, das ist... Oh mein Gott. Ist das... Nee. Was? Nervt die Sounds nur so ein bisschen. Verluste? Ja, ich finde das nervt gerade tierisch. Echt? Echt? Wenn ich jetzt... Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da ist sie. Vorsicht. Mag Atmosphäre sein, aber... Vorsicht, da ist sie. Ich habe leider nicht... Ah, da ist sie. Oh, oh. Ach so. Nein, scheiße. Ach, das ist so ein Aboshoch. Was ist das denn? I. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 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 Jetzt hättest du die Chance. Ach nein, Quatsch. Na schön, okay. Na schön. Was? Alles war es so. Alter, scheiße. Na schön, okay. Also, einfach vergelaufen. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Echt jetzt? Ja, aber das ist wieder am Anfang des Rissenhaft. Da sind wir falsch. Äh. Hä? Hä? Da durch. Ja, die Räume verändern sich anscheinend. Okay, run. Und jetzt ist er, glaube ich, rechts, ne? Hoffe ich. Ach, krass, ey. Also, hier ist der Raum. Okay. Schnell rein. Das nehmen wir mal mit. Beschlechte Zeiten, sowas. Bleib halt draußen, nick mir doch egal. So, jetzt. Aber musst du halt nicht mit rein? Nee, er hat ihn reingeschmissen. Ich bin mal wieder raus. Ähm. Ah, jetzt halt. Jetzt, okay. Die Sirene. Ja. Oh mein Gott, krass. Kann ich das überspringen? Nein. Ja, komm, Intro, mal hin. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Okay. Was haben wir denn für eine Schwierigkeit? Aber mal. Wir können auch leicht machen. Wir können auch leicht machen. Ich weiß ja gar nicht, was überhaupt passiert ist. Die Witch hat uns... Also, ich lag plötzlich im Kotze und die Witch hat euch wieder niedergeschreckt und das Bitte war halt noch da. Oh, geil. Revolver. Das ist ja mal nice. Cool. Äh, ja, okay. Weil... Wenn's denn sein muss. Keine Ahnung, ist ja doof, wenn man wahrscheinlich... ...alles zehntausend Mal machen muss. Ja, das ist einfach nur dumm gelaufen, oder? Meinst du? Fischt. Ja. Hm. Jetzt hab ich Pillen. Gut. Oh, Nick, ey. Wie fühlst du dich? Du kannst auch nur nicken, Alter. Du bist okay. Du bist okay. Nein, er ist dumm. Hier ging's echt schon mal besser. Hier war doch sowieso nichts drin. Waren wir direkt runter? Ja. Ach, da ist die Zeitung. Oh, wow. Ist du okay? Nein, Hunter. Oh, Hunter, okay. Hunter, scheiße. Nein, 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 scheiße, nein. Treppe. Ich hoffe, ich stehe irgendwie dazwischen. Ja, ich glaube, ja. Lade. Okay. Ist ja schon wieder ne Witch? Mensch, da hinten war auch alles zu, ne? Ich glaube, hier ist schon wieder ne Witch am Anfang, oder wie? Ja, ist die das? Ich kann die Geräusche noch nicht so zuordnen. Waffen. Da ist jetzt dieses Ding gleich wieder. Das hab ich vorhin nicht so gesehen. Oh, da kommt er wieder. Oh. Ach, krass. Ich brauch Hilfe! Oh nein. So, jetzt taucht der Typ doch gleich da auf. Tja, also. Tatsache. Komisches Event. Habt ihr das Medipack da hinten mitgenommen? Da war keins. Oh, schade. Ich hab das vom Anfang mitgenommen. Da ist ein Splitter. Glaube ich, oder? Ne. Jetzt irgendwo ist hier auf alle Fälle in der Witch. Ja. Da hinten ist sie. Vorsicht, Vorsicht, Diana. Wo ist sie da hinten? Da ist sie, da hinten. Da hinten. Bei dem Auto. Okay, das ist die Witch, okay. Ach, das ist ein Boomer. Quatsch. Äh. Charger. Ach, krasser Scheiße. Hoffentlich läuft die nicht nach oder so. Bei der Map würde ich alles, der Map würde ich gerade alles zutrauen. War hier hinten jetzt noch irgendwas? Ich glaube, ja, ne? Weil ist es gerade nicht mehr genau. Äh, Medipack und Schrotflinte. Ach, cool. Ja, und, ja, ne, ich, ne, ich lass erst mal. Hier drüben ist eine Waffe. Ist es noch doppelte dann? Ja, geil. Hast du noch eine andere? Nur eine zweite hab ich jetzt. Also ich hab nur meine zwei Pistolen hier. Okay. Es kommt schon wieder in der Witch? Wo? Wo ist der? Wo ist der? So. Da ist schon wieder in der Witch. Was soll das denn? Na, noch nicht mal ein Bondi. Ne. Oh, ein Boomer ist irgendwo. Da. Oh Gott, warum, da laufe ich hier auf einmal so schnell. Was soll denn das? Lad ihn ab! So. Oh, das ist echt... Da ist ne Pipebomb. Was ist das denn? Oh mein Gott. Char-Char. Oh Gott, das ist ein Spot-Snatcher. Der Sound, ey. Okay. Nick, die arme Sau. So. Der braucht schon Bleche Eisen. Aber krasse Waffen hat. Ja, das stimmt. Okay, da haben wir einen Kanister. So. So. Aber ich finde, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt auf leicht hat. Weil ich finde, das Spiel... Oh. Macht hier was anderes so ein bisschen aus. Oh. Was war das denn? Ah, da ist wieder so ein Jockey... Oh, Jockey. Das ist ein Schaufel und ein Molotow. Oh, ne Kettensäge. Zwei Kettensägen. Drei Kettensägen. Oh, wie krass. Oh, wie krass. Ich nehm jetzt mal so ne Kettensäge mit. Da ist Moker. Guter Schutz, Coach. Kitty mit der Kettensäge. Oh ja. Die Kitty Chainsaw. Oh, was ist... Char-Char. Scha-Char. Komm her. Wieder mal ein Char-Char. Immer diese Char-Char. Boah, und vor allem, wenn man dann selber mal spielt, also so andersrum, dann ist man immer so schlecht als Char-Char, so echt so. So, ist hier irgendwas... Oh, ja, kommt her. Geil. Da hinten ist ein Hunter. Oh mein, das macht richtig Spaß mit der Kettensäge. Ist mir doch ein toller Dorn an. Oh, da ist was. Jedenfalls da hinten. Oh ja. Schauen wir mal grad hier hinten. Oh, ein Tank. Oh, oh, Tank. Oh ja, das ist natürlich... Oh, oh. Das ist nicht der, Alter. Oh, okay. Oh, oh. Ich hab halt leider irgendwie keine andere Waffe. Ich hab auch nur die Dove. Oh, er ist tot. Down. Okay. Das ist natürlich super. Gnarkampfwaffe bei nem Tank. Ey. Oh, hier ist, äh, Zunge. Hä? Zunge. Hier ist... Hinterm Zaun. Oh, 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 oh. Wo? Ach so, hä? Ist die immer noch da? Nee. Oh mein Gott, Hilfe. Ein komisches Gestell. Saugeil, sagt er. Oh, ey, ich hasse die. Mann. Das ist bitter, finde ich, immer echt am allergemeinsten. So. Vorhin hatten wir irgendwie voll viele Medipacks. Und jetzt... Mhm. Aber Kitty, ich hab Schmerzmittel. Warte mal. Oh, ja, gerne. Mit rechts, ne? Cool, danke. Lade nach. Lade nach. Komm, auf App. Da geht's nicht weiter. Okay. Das ist nichts Cooles. Hier geht's durch. Ich weiß nicht, ob wir hier hin müssen, oder... Wahrscheinlich. Könnte ich mir gut vorstellen, oder? Nö. Nö? Zwischen's hinten rum. Komische Geräusche. Nö, aber hier ist der Pipeline. Oh, cool. Dann nehm ich mal den Modi mit. Das Hunter. Was, was, was? Wow. Hau ab, du. Lass den dort. Du Ekliger. Echt mal. Perwärtsling. Und wieder... Oh, nee. Boomer. Ey, ey, ey. Sind wir ab, und hier sind wir gekommen. Ey, es ist so krass. Die Waffe ist sehr cool, die ich jetzt gerade hab. Ich weiß gar nicht, was... Wok on the wild side. War leider gesprächlich. Schade. Wieso, wolltest du ein köstiges Wokgericht haben? Oh mein Gott, schaut mal bitte, wie viele Zombies wir können. Oder ist ja voll was los. So, hier. Oh mein Gott. Ist das was? Ein Smoker war da oben. Okay, aber sonst ist hier nichts. Okay, also hier lang. Oh, Hunter. Oh, Char-Char. Oh nein. Du schon wieder, hau ab, du. Hau ab, du. Oh, ist das schon wieder eine Witch? Nein. Ich weiß die immer nicht. Die macht so ganz merkwürdige Geräusche hier. Leckt gerade ein bisschen. Ja? Echt? Bei mir schon. So weg, du komische Truse. Vielleicht, weil so viele Zombies oder so kommen. Ah, da hinten ist die Witch. Vorsicht! Tatsache. Okay, soll ich mal Molly auf sie schmeißen? Nee, nee, oder? Oh, scheiße. Hier gibt es noch mehr, noch mehr Wege. Keine Moni mehr, das heißt... Ist das eine Schaufel? Scheiße. Oh, oh. Oh Gott. Hast du wütend gemacht? Nee, passt schon. Achso, da ist sie. Oh, da. Oh Gott, da ist sie. Hä, wo geht sie auch weiter? Weiß nicht. Ach, da müssen wir rein. Oh nein, okay. Die steht genau davor. Ich habe einen Molly. Vorsicht. Okay, wo ist sie denn? Die steht da genau vor der Tür. Warte, wenn sie zurückgeht. Oder wollen wir einfach so versuchen, durch die Tür? Ich glaube, das geht fast nicht. Ja, das geht. Komm, ja. Okay. Rein und Tür zu. Ja. Sehr gut. Diese Tür leuchtet rot. Oh. Das heißt, was? Warte. Keine Ahnung. Warte. Gehen lieber hier durch. Geht nicht. Okay. Ah, Treppenwurst. Was ist denn mit dieser Tür jetzt? Hm. Geht nicht auf? Vielleicht kommt es noch. Alter. Ah, vielleicht wollen wir mit dem Schlüssel raus. Überlebende retten. Oh ja, juhu, Nick. Zum Glück. Oh mein Gott. Oh, besser. Treppenhaus. Hallo, Nick. Also, es ist so gruselig, ne? Was ist das? Äh. I really wonder where the hole in the ground leads to. Welches hole in the ground? Älter. Auch müssen wir mit dem Gasen oder so fahren. Und zwar in derا diee roame. Okay. Vielen Dank.